Die nächste ist also eine Strecke vom N64, ja? Na dann mal los! Ein paar Montys. Die Kühe leiden nicht so auf der Strecke wie die Mkw Kumu Weide. Aber naja. Die Strecke ist auch sehr schnell erledigt, sehe ich mal. Ja. Und damit nur noch eine Runde auf der Strecke. Ja, aber anhand der Map sieht man ja, dass die nicht ganz so groß ist. Es ist halt eine N64 Strecke, die waren halt nicht alle so groß. Es gab auch größere, ja? Ich sag nur Yashital, aber... Es gab halt auch mehr von den Kleinen als von den Großen. Ja, so schnell gehen drei Runden auf dem Mkw Kumu Farm fertig. Fertig. Nächste Strecke im nächsten Mal. Ciao. Ja. 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 Ja.